So ihr Lieben, ihr wolltet mehr von uns in deutschen Freizeitparks. Wie ihr hören und sehen könnt, sind wir auch in einem, warum ich heute anfange. Ganz einfache Sache, der Steve ist heute irgendwie kamerascheu geworden. Warum auch immer. Auf jeden Fall nehmen wir euch hier wieder mit in so ein lustiges Ding. Hoffen das gefallen euch und jetzt seht ihr ein paar Ausschnitte von uns. Musik Hier gibt es auch so ein ganz tolles Laserdicken. So wie in diesen Actionfilmen, wenn die in Diamanten klauen wollen und zwischen diese Laserdinger herkrabbeln müssen. Das wollen wir nachher mal testen. Vorhin ging es noch nicht. Wir hoffen, dass es nachher geht, um euch das auch einmal zu zeigen. Deine Mission startet in... 3... 2... 1... Go! Boah! Ab er geht! Du hast die Zeit erreicht. Du hast deine Mainz-Mission gemeistert. Du hast deine Mainz-Mission gemeistert. Du bist abgehoben, oder? Hier, mein Rekord. Wartet hier. Ich bin gleich wieder da. Deine Mission startet in... 3... 2... 1... Go! Jo! Oh, wow! Fange so viel blaue Strahlen wie möglich und weiche den roten Strahl aus. Was? War nie aus der Ordnung, ne? Nein, nein. Ich komme nicht. Noch einmal. Bitte drauf. I like. Gut gemacht. Du hast deine Maze Machine gemiessen. Was? Drei Sekunden ist schlecht als ich. Ich bin soweit. Das kann nicht sein. Das wurde falsch gerechnet. Und ich meine es Leute, ihr könnt euch den Kommentar sparen mit dem Holz in der Mitte. Was? Sieht sehr professionell aus, wie du das machst. Gerne. Ich könnte mal in der Bildnis aussetzen. Ja. Ja. Ich würde die Leute nicht verrecken. Wurdest du verhungern? Die erste Stunde schon. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Wo ist die Toilette? Ich bin nicht in Reichsspeite, deswegen kann ich jetzt nicht geschlagen werden. Nein, 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 nein. Ich bin sehr Parks. Sehr professionelles Piepen, wie ein LKW. Das geht runter. So ein kleiner scheiß Berg. Guckt in den Abgrund. Oh mein Gott. Yippie. lijk. Ja. 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 Oh, es geht los, es geht los, es geht los, oui! Oh, es geht los, Hast du es gedreht wie ein Kreisel? Ja. Oh, jetzt ist mir schon ein Lieberes weg. Wir sind jetzt an einer Schießanlage und wollen mal gucken, was der Schießpitti so drauf hat. Ja, klar. Alle warten auf dich. Bäm. Scheiße, muss abzufinden. Die Spelle hat sich bewegt. Ja, los, weiter. Bäm. 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 Ihh. Ist du nassgerufen? Das hast du mit Absicht gemacht. Ah. Das hast du mit Absicht gemacht. Den bespricht ich mich alle. Und das ist deine Schuld. Ah, ist es alle. Hast du was für die Skills? Bäm. 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 Was ist denn das? Geh mal weg hier! Na, Ego-Shooter-Position hier. Nein, mach ab da! Lass mich jetzt das machen. Hier musst du den bitte hinstellen. Wo hast du den hingeschossen? Das ist echt fies. Pass auf. Hahahaha Mach die Schatzkiste an! Schatzkiste! Da hast du sie getroffen. Oh, alle! Jetzt müsst ihr entscheiden, wer war besser. Geht los! Na dann, versucht dein Glück hier. So, extreme Präzision hier. Weiter reden. Hier sehen sie, wie sie versucht, ihr Mittagessen zu haschen oder entschnurren. Verdrückt sie, wie sie versucht, ein bisschen durch. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Drei Sachen! Mach das nach! Proffel! Hier, tschau! Mama, wie großartig unser Kranfahrer hier ist, ne? Ja, dahinter! Juhu! Drei Sachen! Ja, ein Schmuder! Das sind meine Skills, oder? Das sind meine Skills, oder? Musik 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 We can rule the world We can rule the world Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah We can rule the world Only together We can rule the world Only together Only together So, ihr Lieben, hier enden wir. Im Hintergrund kommt vielleicht erst die Fidi noch einmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Das würde uns freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, was ihr sehen wollt, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Hast du das gesehen? Alter, ich bin auf dem Kniengeräusch. Die bist geil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. 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 Ach. ardi